Liebe Kolleginnen und Kollegen, 25 Jahre MCI, wofür steht das? Das steht für 25 Jahre Innovation, für ein ständiges Neuerfinden, für beständige Kurskorrektur und durchgehende Qualitätssteigerung und Qualitätserhalt. Es steht natürlich auch für turbulente Jahre, für Herausforderungen, die überwunden werden mussten, für den Kampf gegen Widerstände. Jedoch 25 Jahre MCI, wie geht das? Das geht nur durch die Menschen, die unsere Hochschule tragen, durch viele Hände, die sich gegenseitig zuarbeiten und sich ergänzen. Es geht nur durch Teamgeist, durch Kooperation, durch den Willen und durch das Wissen, dass nur gemeinsam ein wahrlich herausragendes Resultat zu erzielen ist. Als lebendes Beispiel hierfür habe ich das Team der Umweltverfahrens- und Energietechnik mitgebracht. Ich habe noch nie eine Truppe kennengelernt, die diesen Geist des Miteinanders so lebt und umsetzt. So gratulieren wir unserer Hochschule und damit auch ein bisschen uns selbst für 25 richtungsweisende Jahre und hoffen, ihr stimmt in unseren Jubel mit ein. Ja! 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 Vielen Dank.